Sterben wollt ihr trotzdem nicht, mann! Nehmt euch nicht alles so ernst, Minecraft. Aua! Sooo, und da... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oh! Da kann auch 8 rein, da auch, und dann das da rein. Das ordnen, boah... Kann eigentlich erstmal alles rein. Das lasse ich eh... Das kommt da rein, so... Sieht irgendwie abartig aus, so glibberig oder so... Ich weiß auch nicht... Irgendwie abartig. Bah... Also sowas will ich nicht essen. Ne, ne, ne. Doch schmeckt ja das von meiner Mutter her besser. Der... We love Mothers Essen. Tun wir das nicht alle? Sooo... Und... Auf geht's! Da sind schon die Schafe, die... Roten Dinger! Hinter den Bäumen. So, hallo, Schieburt! Ohne dich ist alles doof, sagst du? Ah, ich weiß. Ich bin fehl. Ich bin fehl. Was wir ja noch mit dem Haar werden. Oh, kein Apfel. Oh... Ein Apfel. Ja... Sag mal oh, Scheiß! Das ist doch diese komische KI oder so! Wieso? wieso klettern schafe immer aufbauen das ist unrealistisch da sind sollten vielleicht die hühner hin aber die schafe da fangen keine schafe fliegen oder klettern das geht doch eigentlich ach da ist es wirst du mich verarschen wieder nur eins arbeite mehr junge ich brauche mehr wolle ja das ist was ich brauche ich muss doch irgendwo noch schäfchen sein schafe eins auch auf dem baum zwei auf dem baum ich hatte aber insgesamt vier oder nicht da ist noch eins sind drei dafür doch noch dieses was hier rechts im wald war oder nicht herr links und texter peck ist in meinem kanal auf meinem kanal doch rechts bitte links ab nach hause ab nach hause Ja... So... Adolf ist in der Haus! Ey, Dolph! Ey, Dolph! Ey, Dolph! Adolf Hitler! Ähm... Ah, Adolf Tombaig, yeah, yeah! Guck mal, der ist... Okay, oh, ne, ich seh dich... Die ist asSh loft. Ah, Dolph! Du 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 du! Adolf ist in der Haus. yeah, Adolf. Oh, Adolf, Adolf. Oh, yeah. Adolf ist hier! in der mada fucking haus hier hier ich singe nur aus spaß hier hier ich weiß dass ich es nicht kann aber was ist so schlimm daran haute rhein what the rhein o adolf warum bist du noch hier kommst du nicht rein diese blöde kai um es ist nacht und ich bin draußen ich bin monsterjäger von beruf natürlich 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 zack 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 passt das du Bastard was klar weiß ich eigentlich 1 2 3 4 5 6 noch da oben noch da sind wir schon in der ersten Etage ähm ohne Ausbau fertig weil das ist sicher das Haus bleibt nicht so mini das ist nur erst mal oh muss ich echt gehen um was ich jetzt mache es einmal rote Wolle nehmen ach so oh mh 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 ein ich ich will so eine Eingangshalle so zusammenbauen nur so ein kleiner Durchgang, nichts großes so ein kleiner Durchgang, nichts großes sieht alles sehr künstlich aus jetzt aber na und zwar spiel jetzt plopp Okay. Wenn man hier so schön durchgucken kann. Sorry, dass ich gerade nicht so viel rede, aber... Ähm, ja. Mir fällt gerade... Ich muss gerade ein bisschen überlegen. Tut mir leid. Dabei kann ich ja wieder Musik machen. So. 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 So.